Wintermüde? Lust auf die warme Jahreszeit? Dann kann Audi helfen. Pünktlich zur Frühjahrssaison 2008 rollt das neue Audi A3 Cabriolet an den Start. Sportlich, elegant und emotional. Cabriolets von Audi tragen generell ein klassisches Stoffverdeck, das sich im Falle des A3 Cabriolets zu einer Linie von harmonischer Eleganz und coupéhafter Sportlichkeit verbindet. Das Softtop öffnet in nur 9 Sekunden. Eine kurze Ampelfase ist genug. Außerdem lässt es sich im Stadtverkehr bei bis zu 30 Kilometer pro Stunde öffnen. Auch Akustikverdeck genannt, bietet das Softtop optimierte Wärme- und Schalldämmung. Bei Tempo 140 etwa ist es im Cabrio nur ein Dezibel lauter als im geschlossenen Audi A3. Das Audi A3 Cabriolet hat eine Auswahl von vier Motoren, zwei Benziner und zwei TDI. Sie vereinen viel Kraft mit hoher Effizienz. Alle sind Direkteinspritzer mit Turboaufladung. Die Leistungsspanne reicht von 105 PS bis 200 PS. Auf Wunsch leitet das innovative Doppelkupplungsgetriebe S-Tronic die Kraft an die Räder weiter. Das Audi Dynamik Fahrwerk verleiht dem A3 Cabriolet überlegene Agilität. Eine feinfühlige elektromechanische Servolenkung, die besonders wenig Energie beansprucht, und eine Vierlenker-Hinterachse vereinen Komfort mit sportlichen Handling-Eigenschaften. Neben dem Normalfahrwerk steht auch ein Sportfahrwerk zur Wahl. Und lässt der Sommer noch auf sich warten, so geht auch dies. Sind nur die vorderen Einzelsitze besetzt, lässt sich ein Windshot mit wenigen Handgriffen von einer Fahrzeugseite über der Fondbank einsetzen und reduziert so deutlich den Fahrtwind. Aber zugegeben, bei Sommerwetter bringt Cabriofahren immer noch am meisten Spaß.